Herzlich Willkommen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu einer neuen Ausgabe von Weitblick, die Welt von innen. Das Christentumsfieber in China ist heute unser Thema. Das Christentum in China wächst und zwar mit ganz rasanten Wachstumsraten. Die Kommunistische Partei sieht dies mit einer gewissen Sorge. Andererseits kann das für das Land eine große Chance bieten, für das Land, das nach den Vorgaben der Kommunistischen Partei sich zu einer harmonischen Gesellschaft entwickeln soll. Auch Papst Benedikt hat ein Auge geworfen auf die Kirche in China. Er hat im Sommer 2007 einen eigenen Brief verfasst und dazu in diesem Zusammenhang sogar einen eigenen weltweiten Gebetstag für die katholische Kirche in China eingerichtet. Ich möchte heute mit Michael Rack über China sprechen, über die Bedeutung dieses Gebetstages und heiße ihn ganz herzlich willkommen hier bei uns im Studio. Michael Rack ist Pressesprecher bei Kirche in Not und den meisten Zuschauern bekannt als Moderator der Sendung Weitblick, die Welt von innen. Herr Rack, ein weltweiter Gebetstag für ein einzelnes Volk, der begangen werden soll am 24. Mai. Es gibt ihn erst seit dem Jahr 2008. Dort wurde er zum ersten Mal begangen. Etwas recht Ungewöhnliches. Wie ist es zu diesem Gebetstag gekommen? Also etwas absolut Ungewöhnliches. Das hat es wohl noch nie gegeben in der Kirchengeschichte, dass es einen Gebetstag gibt für die Kirche in einem bestimmten Land. Der Papst hat ihn eingesetzt in einem Brief an die chinesischen Katholiken, etwas ebenso Einmaliges, dass der Papst einen Brief schreibt an die Katholiken eines bestimmten Landes. Und in diesem Brief hat er sich vor allem darum bemüht, die Einheit der katholischen Kirche in China herzustellen. Und zwar mit sehr drastischen Worten. Und seine Begründung war, damit die große missionarische Ernte eingebracht werden kann, so heißt es ziemlich wörtlich in diesem Brief des Papstes. Das heißt, China steht auf der Tagesordnung des Vatikans und des Papstes ganz oben seit Jahren. Denn da spielt die Musik, also was die Entwicklung des Christentums in der Welt angeht. Und wir haben in der letzten Sendung schon darüber gesprochen, dass da ein Ringen im Gange ist. Wohin bewegt sich dieses China geistig? Und der Zug ist ganz klar in Richtung Christentum. Das will der Papst verstärken. Darum dieser Gebetstag, darum fordert er die ganze Welt auf, für die Kirche in China zu beten. Dieser Gebetstag soll abgehalten werden jährlich am 24. Mai. Warum gerade an diesem Tag? Ja, das ist der Tag der Patronin Chinas, der Gottesmutter von Xizhan. Xizhan, das ist ein Wallfahrtsort, der nationale Wallfahrtsort eigentlich in China, in der Nähe von Shanghai. Und da liegt es natürlich nahe, dass man eine große Wallfahrt an diesem Tag für ganz China installiert. Ein Tag, an dem sich die chinesischen Katholiken treffen können. Das ist sicherlich auch ein Teil der Intention, die der Papst verfolgt hat. Also scheint die Marienfrömmigkeit auch im praktizierten Katholizismus in China eine große Rolle zu spielen. Ja, absolut. Wie die ganze Volksfrömmigkeit, also die Verbindung zu den Heiligen etwa oder auch das Wallfahren, das gehört zum chinesischen Katholizismus ganz normal dazu, wie eigentlich auf der ganzen Welt. Also ein gut katholisches Volk, was den katholischen Anteil betrifft. Ja. Nun sprachen Sie davon, ein wichtiges Anliegen des Papstes in seinem Brief an die Katholiken in China sei die Versöhnung gewesen. Man liest immer wieder, die Kirche in China sei gespalten. Wie ist das zu verstehen? Ja, in gewisser Weise trifft es zu. Aber heute, Gott sei Dank, nur noch in gewisser Weise. Grundsätzlich gibt es natürlich nur eine katholische Kirche überhaupt und auch in China. Der Papst hat etwa 90 Prozent der Bischöfe in der sogenannten staatlich registrierten Kirche auch bereits anerkannt, sodass man auch tatsächlich davon sprechen kann, es gibt nur eine katholische Kirche. Aber die gibt es in zwei Teilen. Ich sagte staatlich registrierte Kirche. Es gibt also einen Teil der Kirche, der sich hat staatlich registrieren lassen, wo die Gemeinden sich staatlich registrieren lassen und ein Teil, in dem sich die Katholiken nicht staatlich haben registrieren lassen und sich keiner staatlichen Kontrolle von vornherein unterworfen haben. Man spricht da oft von der sogenannten Obergrund- oder Untergrundkirche oder auch von einer staatsnahen oder staatstreuen patriotischen Kirche und einer romtreuen Untergrundkirche. Das sind heute irreführende Begriffe. Wo liegen denn überhaupt die Wurzeln? Warum ist es so wichtig, für einen Teil der Kirche jedenfalls sich registrieren zu lassen? Ja, also die Wurzeln liegen in den ersten Jahren nach der Machtübernahme von Mao Zedong. Mao Zedong und die Kommunisten haben ja 1949 nach einem gewonnenen Bürgerkrieg die Macht übernommen und die wollten eigentlich alles Religiöse vernichten. Und die Christen, wie auch die meisten Angehörigen anderer Religionen, waren ja auch auf der Gegenseite. Die wussten schon, was auf sie zukommt. Und die haben den Gegenspieler Mao Zedong, Chiang Kai-shek unterstützt, der nach Taiwan damals dann abgedrängt wurde. Ja, nun haben also die Kommunisten versucht, alles Religiöse zu unterdrücken, haben aber schnell gemerkt, dass das einfach nicht funktioniert, weil es zu viele religiöse Menschen gab. Also hat Mao sich darauf beschränkt, eine völlige Kontrolle möglichst über alle Religionsgemeinschaften auszuüben. Es gab und gibt fünf sogenannte anerkannte Religionen in China. Das ist der Katholizismus, der Protestantismus, der als eigene Religion gilt interessanterweise, dann der Buddhismus, der Taoismus und der Islam. Das sind die fünf anerkannten Religionen. Und dann hieß es also, wer zu einer solchen Religion gehört und sich staatlich registrieren lässt, der darf seine Religion weiterhin ausüben. Wer das nicht tut, der wird bekämpft. Und das hieß damals auch wirklich verfolgt. Warum haben sich denn jetzt eine ganze Reihe von Katholiken dieser Registrierung entzogen? Ja, die Mehrheit hat sich entzogen, der Katholiken wie auch der Protestanten. Denn diese Registrierung war nicht nur ein formaler Akt, wo man sagen könnte, ja, was soll das, sollen sich halt registrieren lassen, sondern das war verbunden mit sehr starken Eingriffen des Staates in das Innere der Kirche. Auch in die Liturgie, wo zum Beispiel nicht mehr für den Papst gebetet werden durfte. Die Kirche hatte sich völlig zu trennen vom Papst. Mao hat die sogenannten Drei-Selbst-Prinzipien zur Richtschnur gemacht. Und Drei-Selbst, das hieß Selbstverwaltung. Selbstverwaltung, das bedeutete keinerlei Bezug zum Ausland. Alle Verbindungen zum Papst sind zu kappen. Die Selbstverbreitung, das hieß, alle ausländischen Missionare müssen raus. Und die Selbstfinanzierung, es durfte auch kein Geld mehr vom Ausland nach China kommen. Also die chinesische katholische Kirche, es galt für die anderen Religionsgemeinschaften auch, hat aber vor allem die Katholiken bedorfen. Die musste sich völlig vom Papst lösen. Dann war natürlich auch die Priesterausbildung völlig unter staatlicher Kontrolle. Die angehenden Priester, wo eh der Staat entschieden hat, wer da Priester werden durfte und wer nicht und so weiter, die mussten nach den Lehrplänen des Staates unterrichtet werden. Der Staat hat sich angemaßt, selbst die Bischöfe zu ernennen und so weiter. Und da konnte ein anständiger Katholik einfach nicht mitmachen. Das war gegen die Religion gerichtet. Denn es gehört eben nur mal zum katholischen Selbstverständnis, dass der Papst als Repräsentant Christi die Kirche leitet und die Bischöfe ernennt. Und da konnten natürlich die Katholiken nicht mitmachen. Nun gibt es ja für die katholische Kirche in China ein besonderes Charakteristikum. Und das liegt darin, dass es staatliche Behörden gibt, die sozusagen der katholischen Kirche übergeordnet sind. Es gibt die Patriotische Vereinigung, es gibt eine eigene Bischofskonferenz, die meines Wissens vom Vatikan nicht anerkannt ist. Können Sie diese Strukturen ein bisschen erläutern? Ja, das ist ausgesprochen schwierig und kompliziert. Aber ich will es versuchen, wenigstens im Wesentlichen zu erläutern. Vielleicht sollte man aber an die Geschichte noch einmal anknüpfen. Ich habe ja gerade erwähnt, dass Mao eben versucht hat, der Kirchen und Religionen auf diese Weise habhaft zu werden, dass er sich staatlicher Registrierung unterwirft. Das galt für alle Kirchen. Und die Kirchen, die nun staatlich registriert waren, nicht nur die Katholiken, die haben sogenannte Patriotische Vereinigungen übergestülpt bekommen. Was hieß das? Was war der Witz bei diesen Patriotischen Vereinigungen? Der bestand darin, dass auf diese Weise Laien in die Leitung der Kirche kommen konnten. Also die Katholische Kirche ist ja üblicherweise von Bischöfen geleitet. Und so konnte diese Patriotische Vereinigung die Bischöfe aushebeln, indem der Staat sich da konforme Laien suchen konnte. Die Bischöfe waren ja meistens nicht bereit, auf die Linie des Staates einzuschwenken. Und so konnte der Staat hier Laien an die Spitze bringen, die im Grunde Agenten des Staates waren und nicht wirkliche Gläubige. Diese Patriotischen Vereinigungen, denen hat der Staat die Verwaltung des gesamten Kirchenvermögens übertragen, sodass die die Herren des Geldes waren. Auch der kirchlichen Gebäude, soweit sie nicht enteignet waren. Die meisten waren ja enteignet. Gerade die kirchlichen Schulen und Krankenhäuser und so weiter. Aber auch die Kirchen als solches und die kirchlichen Grundstücke, das wurde dann alles diesen Patriotischen Vereinigungen überlassen. Die waren sozusagen der Hebel, mit dem der Staat die Kirchen beherrschen wollte. Man muss aber unbedingt dazu erwähnen, dass es dann eine Zeit der großen Kirchenverfolgung gab in China, nämlich zur Zeit der sogenannten Kulturrevolution. Von 1966 etwa ab ging das bis zum Tod Mao Zedong, 1976. Und in dieser Zeit waren alle Religionen und jede religiöse Betätigung verboten und wurden auf das strengste verfolgt. Und alle katholischen Priester, wenn sie nicht umgebracht wurden, kamen in die Lager, egal ob sie sich haben staatlich registrieren lassen oder nicht. Man kann also sagen, die Priester, die da treu geblieben sind und Bischöfe und die nachher aus den Lagern kamen, das waren alles Leute der Kirche und nicht Leute des Staates. Sodass man auch heute nicht von einer staatstreuen, irgendwie patriotischen Kirche, die also gegen Rom wäre, sprechen kann, sondern heute sind so gut wie alle katholischen Priester und Bischöfe, egal ob sie der immer noch bestehenden sogenannten Untergrundkirche angehören oder der staatlich registrierten Kirche angehören. Alle sehen im Papst das Oberhaupt der Kirche und unterwerfen sich auch seinen Weisungen. Das macht sich in der Liturgie ja zum Beispiel am Gebet auch für den Papst fest. Und auch in der offiziellen Kirche, staatlich registrierten Kirche, wird im Gottesdienst für den Papst gebetet. Ja, und wenn Sie heute in das Büro eines registrierten Bischofs gehen, dann sehen Sie, in jedem Büro habe ich das gesehen, von etwa vielleicht zehn Bischöfen, die ich da schon besucht habe, sehen Sie großformatige Bilder von Johannes Paul II. und von Papst Benedikt. Und wenn man die Leute fragt, ich hatte ja auch Gelegenheit, mit Seminaristen aus der registrierten Kirche zu sprechen, mit Priesteramtskandidaten, angehenden Priestern. Wenn man die fragt, welche Bedeutung hat der Papst für Sie, dann brechen die in Jubel aus. Also das hier in Deutschland hätte man, würde man das da nirgendwo beobachten. Also ich habe auf der ganzen Welt keine papsttreuere Kirche gesehen und papstbegeisterte Kirche wie in China. Wahrscheinlich liegt das eben an dieser erzwungenen Trennung, dass die Menschen sehr eng mit dem Papst verbunden sind, auch die, die zur registrierten Kirche gehören. Man muss auch noch ergänzen, dass Untergrundkirche heute nicht mehr bedeutet Katakombenkirche, wie man sich das so vorstellt, wenn man das hört, dass die im Untergrund sind, sondern der Staat weiß genau, wer da dazugehört, welche Priester, welche Bischöfe zur Untergrundkirche gehören. Es gibt einen staatlichen Druck, unterschiedlich groß, je nachdem in welcher Provinz das ist, weil man die Untergrundkirche ans Licht sozusagen bringen will, weil man sie noch mehr staatlicher Kontrolle unterwerfen will. Aber es ist nicht so, dass die Untergrundkirche wirklich verfolgt wird, auch wenn da und dort mal ein Priester oder Bischof mal für meist kurze Zeiträume eingesperrt wird, auch wenn es Drangsalierungen gibt. Man kann heute nicht mehr von einer Verfolgung der Kirche sprechen. Wie sieht denn für den einfachen Gläubigen es in der Praxis aus? Wie kann er denn unterscheiden, wenn er einen Gottesdienst besucht, zu einem Priester geht, um das Sakrament der Beichte zu empfangen, wie kann er denn unterscheiden, zu welchem Teil der Kirche dieser Priester jetzt konkret gehört? Spielt das überhaupt eine Rolle? Macht es für manche noch einen Gewissenskonflikt aus oder wie sieht es in der Praxis aus? Das ist sehr unterschiedlich, wo in China sich das Ganze abspielt. Es gibt heute schon Provinzen, da gibt es keine Untergrundkirche mehr, weil die jungen Bischöfe der registrierten Kirche so überzeugend sind am Ort, auch für die, die bisher dem Frieden noch nicht getraut haben und die auch, nachdem die Lager sich wieder gelehrt haben, wieder in den Untergrund gegangen sind. Da sind die Bischöfe oft so überzeugend, dass die Priester und Bischöfe der Untergrundkirche gesagt haben, da können wir wieder mitmachen, da können wir uns wieder anschließen und können aus dem Untergrund heraustreten. Dann gibt es aber auch Provinzen, in denen noch eine scharfe Frontstellung besteht zwischen Obergrund und Untergrund und in denen auch es eine Propaganda gibt, der einen Seite gegen die andere und wo man wirklich sagen muss, zum Teil hat man den Eindruck, es ist den Leuten wichtiger, die jeweils andere Seite zu bekämpfen, als ihre missionarischen Möglichkeiten zu nutzen. Das hat ja der Papst auch in seinem Brief ganz klar zum Ausdruck gebracht, hat dringend aufgerufen zur Versöhnung. Nun ist es menschlich sehr verständlich, dass das außerordentlich schwer ist. Ich war in China nur wenige Tage nach Veröffentlichung dieses Briefes, des Papstbriefes und bin an einem Tisch gesessen mit Angehörigen der Untergrund- und der Obergrundkirche. Das muss natürlich im Geheimen stattfinden. Da konnte ich wirklich hautnah mitkriegen, wie schwer das ist diesem Aufruf des Papstes, obwohl der Papst eine solche Autorität hat zu folgen. Denn man kann sich das ja einfach auch vorstellen, da sind eben Katholiken in den Untergrund gegangen, als es wirklich viel gekostet hat und auch das Leben kosten konnte. Und andere haben den vermeintlich bequemeren Weg gewählt, der auch kein bequemer Weg war und für den es auch manchmal gute Gründe gab, manchmal aber auch nicht. Manchmal sind einfach auch Katholiken, die sich anpassen wollten, die sich Vorteile davon versprochen haben, da diesen Weg des Staates gegangen, den der Staat vorgezeichnet hat. Andere, die haben nur gedacht, der Chiang Kai-shek kommt bald wieder und der kommunistische Spuk hat bald ein Ende. Wir wollen einfach, dass die Kirche überlebt in dieser Zeit. Es gab unterschiedliche Motive bei diesem Bemühen des Staates, um Kontrolle mitzumachen. Aber dass es da menschlich zu großen Verletzungen gekommen ist, die erst in der nächsten Generation voll werden, behoben werden können. Das ist ja sehr verständlich. Also das macht klar, warum es so wichtig ist, dass die ganze weltweite katholische Kirche sich einschaltet und einschließt in dieses Gebet für die katholische Kirche in China, die unter so großen Problemen zu leiden hat. Immer wieder kommt es auch zu Streitigkeiten, wenn es darum geht, Bischöfe auszuwählen, zu ernennen und zu weihen. Da kommt es regelmäßig zu konflikten mit dem Vatikan. Wie sind da die Zusammenhänge zu sehen? Wie läuft das ab, rein praktisch? Das ist ein ganz schwieriges Problem. Mittlerweile ist es da zu einer Art Modus vivendi gekommen. Das wird nicht öffentlich verkündet, weil ja beide Seiten ihr Gesicht wahren wollen. Aber de facto gibt es da einen Weg. Grundsätzlich beharrt die kommunistische Regierung darauf, wir ernennen die Bischöfe. Das gilt auch für die führenden Geistlichen anderer Religionen, auch zum Beispiel der Tibeter. Die chinesische Regierung will auch da die obersten Lamas ernennen und tut es auch. Und es gilt auch für die obersten Buddhisten und so weiter. Und so eben auch für die katholischen Bischöfe. Damit kann natürlich die katholische Kirche sich nicht zufrieden geben, denn nach katholischer Lesart hat der Papst die Bischöfe zu ernennen. Da kann kein weltliches Organ Einfluss nehmen. In der Praxis ist es ja durchaus so, dass auch in anderen Teilen der Welt durchaus weltliche Regierungen Einfluss nehmen, auch in Deutschland, auch in Bayern zum Beispiel. Das realisieren ja die Leute oft gar nicht, dass nach den Konkordaten, nach den Verträgen, die der Vatikan hat, auch in Deutschland, es ein Platz geben muss, zum Beispiel des bayerischen Ministerpräsidenten, wenn in Bayern ein Bischof ernannt wird. Also die Zeiten, heute wird natürlich die bayerische Staatsregierung da kein Veto einlegen gegen die Personalvorschläge des Vatikans, aber es gibt durchaus die Versuche immer wieder in der Geschichte und in allen Kulturkreisen staatlicher Mächte Einfluss zu nehmen auf die Ernennung von Bischöfen. In China ist das ganz stark. Ja, der Modus für Wendy, wie sieht der aus? Da wird informell über Kanäle, die nicht öffentlich gemacht werden, zum Beispiel an den Vatikan ein Schreiben gerichtet, wo dann drinsteht, wir könnten uns vorstellen, dass dieser und jener chinesische Priester in der Provinz sowieso, in der Diözese sowieso, Bischof werden könnte. Die Gläubigen am Ort, die stehen hinter ihm, da beruft die Regierung dann oft auch Versammlungen ein, die natürlich manipuliert werden von Regierungsseite, was aber nicht immer heißt, dass die Regierung sich da, dass da nur Vertreter dann ernannt werden oder vorgeschlagen werden, die Regierungsleute sind, sondern das ist auch schon so ein Tauziehen an der Basis. Und dann wird an den Vatikan ein Schreiben gerichtet oder es wird mündlich irgendwie weitergeleitet, wo es heißt, ja, wir könnten uns vorstellen, der und der, der sollte da Bischof werden. Und was haltet denn ihr davon? Und dann äußert sich der Vatikan dazu und sagt, ja, das könnten wir uns auch vorstellen. Dann ist das problemlos. Oder der Vatikan sagt, ja, das könnten wir uns noch nicht vorstellen, weil das ist jemand, der hat schon drei uneheliche Kinder und so. Das gibt es dann auch. Oder das ist jemand, der eigentlich gar nicht auf der Linie der Kirche liegt. Wir würden doch darum bitten, dass da noch jemand anderer und wir könnten uns vielleicht vorstellen, dass der und der. Was haltet denn ihr davon? Und dann wird das so ausgehandelt. Und in letzter Zeit kam es öfters zu Bischofsernennungen, die dann bereits mit Zustimmung des Vatikans erfolgt sind. Und das ist auch wichtig, denn wenn heute ein Bischof in China nicht die Ernennungsurkunde durch den Heiligen Stuhl vorweisen kann, dann erkennen die Gläubigen ihn auch nicht an. Für die Gläubigen ist es sehr wichtig, dass ein Bischof mit Zustimmung, mindestens mit nachträglicher Genehmigung durch den Vatikan ernannt ist. Sonst ist das für die Gläubigen auch kein katholischer Bischof. Nun kommt es aber doch auch zu Störungen her. Ja, gleichwohl liest man gelegentlich, erfährt gelegentlich davon, dass es dann eben doch zu Weihen kommt, die vom Vatikan nicht gut geheißen werden. Es gibt Vermutungen, dass dort die patriotische Vereinigung möglicherweise Intrigen spinnt. Was ist von diesen Vermutungen zu halten? Ja, davon ist, glaube ich, einiges zu halten. Denn man kann sich vorstellen, es laufen ja Gespräche ständig, auch wenn das nicht immer öffentlich gemacht wird, zwischen Vatikan und chinesischer Regierung. Die chinesische Regierung hätte gerne, dass der Vatikan seine Botschaft abzieht, schließt in Taiwan, wo die nämlich immer noch ist. Der Vatikanstaat ist das einzige europäische Land, das noch seine Botschaft in Taiwan hat und nicht in Peking. Und es wäre für die chinesische Regierung ein großer Prestigegewinn, wenn der Vatikan vollends nach Peking gehen würde und dort ein Nunziatur einrichtet. Und da gibt es Verhandlungen. Für den Vatikan wäre das auch nicht so schlecht, denn da könnte er noch viel mehr Einfluss nehmen auf die Vereinigung dieser beiden de facto noch teilweise geteilten Teile der katholischen Kirche. Also gibt es da Verhandlungen. Wenn es zu einer Einigung kommt, dann wird im Grunde diese ganze patriotische Vereinigung überflüssig. Und das ist ein riesiger Beamtenapparat. Da sind zigtausende beschäftigt. Denn man muss sich vorstellen, diese patriotische Vereinigung gibt es nicht nur in Peking als zentrale Einrichtung, sondern die gibt es auch in den einzelnen Diözesen. Und bis auf die Pfarreiebene hin. Das ist ein enormer Apparat. Und so kann man sich vorstellen, dass es denen nicht passt, wenn es zu einer Annäherung zwischen Regierung und Vatikan kommt. Und dass sie versucht, Sand ins Getriebe zu streuen. Und ein probates Mittel sind da diese unerlaubten Bischofswahlen. Herr Rack, Sie haben uns die äußerst komplizierte Gemengelage sehr gut geschildert, die in China herrscht, im Bereich der katholischen Kirche. Wir verstehen jetzt, glaube ich, sehr viel besser, warum es dem Papst ein großes Anliegen ist, einen weltweiten Gebetstag einzurichten, dass sich die ganze katholische Weltgemeinschaft einschließt in das Gebet. Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Herzlichen Dank fürs Kommen. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und meine Bitte an Sie, markieren Sie sich doch den 24. Mai in Ihrem Terminkalender, sodass Sie sich mit einbringen können in das Gebet für die katholische Kirche in China. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020